hallo meine freunde und willkommen zu einem neuen video von mir und zwar mit deep.io hallo meine freunde willkommen zu einer neuen runde von deep.io nein spaß wir werden jetzt mal gucken was für neue spiele bei gestern haben wir die bau gespielt und heute wird agadio gespielt agadio 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 also auf dem handy war es ein pro leiter muss man so sagen auf dem handy war es stand pro leiter ich habe noch nie nickte wenn ja das sollte nicht so sein wartet mal zwei sekunden leute ich komme sofort wieder so meine freunde da bin ich wieder dann gucken wir direkt jetzt mal weiter so frei für alle ist der ffa was soll das diese werbung will ich hier nicht haben teams ja wir spielen frei für alle und hier kann man auch leveln okay 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 dann machen wir hier das mit der das war ein riesen typ alter teddy bear die mir aus dem weg machen da muss ich echt noch durch finden wird auch hier ist die grenze weil auf dem handy war schon pro gamer muss ich sagen da habe ich auch und ne kann man sich hier mit ah ja ne da war eine annabelle eine elisabelle oder connected und blaze arm ist das hier ein schwarzes loch ne ist ein schwarzes loch gut oder dann guckt da verschwindet meine kugel hinter wenn das kein schwarzes loch ist das glaube ich blau naja das ist halt so ein agadio spiel da ist schon wieder so eine annabelle gewesen also eine elisabelle der war genauso groß wie ich deswegen konnte mich nicht töten und irgendwie kann man hier ist ja so kann man auf lehrtaste kann man sich splitten alter und das mache ich gerne am anfang nur beim handy wurde uns das wurde mir das immer angezeigt dass man sich blicken kann und es dauert immer richtig lange bis man wieder zusammengewachsen ist deswegen sollte man das nur in bestimmten notfällen und ich blicken und wir sie dauert das echt lange ist man wieder zusammengewachsen ist bis zu einer minute kann das dauern jetzt mal jetzt geht es wieder zusammen oder und jetzt habe ich mich zu viel gesplitt ich bitte mich deswegen mit ich auch alt großflächig sammeln kann ich schluck den jetzt hierhin und irgendwie konnte man auch schießen nur ich weiß nicht mehr wie das ging und da ich werde genügelte ok leute ich werde genügelte ok ich muss größer werden ich muss auf einiges größer werden ich muss größer werden da ist ein riesen Viech alter das soll mir nicht in die tür kommen so genau jetzt wächst mein typ wieder zusammen zack und jetzt bin ich wieder groß da ist obama ne busch ist das ich dachte gerade wir waren zu klein und jetzt will der da uns fressen nur das kann der vergessen ja nee ja verpasst euch ja wahrscheinlich ich fütter den so hat den gefüttert nur so aus spaß und unsere aufnahme ist jetzt vorbei nein spaß doch heute werde ich kein also heute werde ich noch ein minecraft hochladen nur jetzt nicht sondern erst später weil das ist die 18 uhr die 18 uhr folge die so um 8 2 jungen wieso bin ich so schnell am anfang vielleicht werde ich auch noch mal slither.io spielen je nachdem mal gucken ich werde heute auf jeden fall kein minecraft spielen dafür habe ich heute keinen nerv weil es auch gestern so übertrieben geleckt hat werden wir das morgen weiter führen ich habe auch schon vor produziert also keine ahnung deswegen wir füttern den hier noch mal ich mag das leute zu füttern und weil dann habe ich am ende jetzt hat der den gefressen habe ich am ende leute die ich dann halt wegfnaschen kann und manchmal sieht das ja einfach so aus wie es ende ja ja anscheinend bin ich tot kommen wir gerne mal in teams ja ich bin team rot und das ist da vorne team grün und wir fressen team blau weil wir müssen halt auch dominieren ich bin ich verstehe nicht erstmal mein teammate das ist das ist auch mein teammate ok no name benny heiße ich es gab auch mal ein chat aber team blau ist gerade richtig am dominieren schade dass ich nicht dem will ich nichts zu tun haben mit dem will ich nichts zu tun haben hier oben da ist es zu ende der will mich jetzt in die ecke drängen nur das kann er vergessen da ist ein team grün da ist noch einer von team grün du kannst den da haben ja der heißt aber er hilft mir nicht so diesmal wollten wir uns da jetzt anfangen einem gut großen typ anschließen zum beispiel den hier den ein bisschen auslutschen weil der beschützt uns natürlich auch vor gewissen leuten so team rot ist besser als team grün wie ihr seht an der seite sieht man das leiterboard ähm da sieht man gerade wer die dominanz hat in dem spiel und wir wollen natürlich eine dominanz aufbauen und dafür müssten wir uns boah ich hasse diese steuerung einfach dafür müssten wir uns echt oh da ist ein blauer äh ranhalten und da ist noch ein blauer und da ist ein riesen blauer und da ist noch ein blauer und von denen habe ich natürlich ein bisschen da sind grüner ich bin glaube ich gerade nicht hier so im richtigen territorium süß aussieht ich glitte mich auf wie immer der typ will mich fressen grün will mich fressen alle wollen mich fressen ich gehe zu einem großen roten am besten erstmal wie sieht es aus wollen wir hier pika pika und die werbung geben wir natürlich auf die erläuter so wir haben sieben minuten wir machen eigentlich acht minuten also eine runde machen wir noch und das ist dann unsere letzte so wenn man noch mal teams ich hasse es so krass am anfang schnell zu sein und vielleicht werden wir heute eine slater u runde noch spielen also minecraft werde ich heute wahrscheinlich nicht hochladen wie gesagt ich kann nicht in mein teammate rein heiko heiko bleib doch stehen du arschloch so am anfang split ich mich wie gesagt auf weil die sammeln natürlich auch wertvolle punkte für mich und das finde ich ganz gut heiko geh weg ja 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 ich baue gerade blödsinn Leute ich seht es und rot ist gerade oben echt am dominieren und das ist noch einer von mir der ist nur pink äh äh geil so Leute das war es auch für die runde heute wir haben acht minuten ähm wie gesagt falls es euch gefallen hat und mehr von diesem stüssel sehen wollt dann lasst eine bewertung da einen like ähm falls ihr zum beispiel jetzt noch slither.io, gario, deep.io sowas sehen wollt dann lasst wie gesagt eine bewertung da ähm minecraft wird auch noch kommen ich werde ja wie gesagt ich lade drei videos am tag hoch nur heute ging es leider äh echt ich habe ja gerade eben ein video von deep.io hochgeladen da das sollte eigentlich heute morgen um 10 uhr schon online sein nur da hat was nicht geklappt weil ich eigentlich um 10 uhr arbeiten musste sollte das dann hochgeladen sein nur das hat nicht geklappt und deswegen wie gesagt falls es euch gefallen hat lasst eine bewertung da wenn ihr mehr von dem stüssel sehen wollt lasst natürlich auch eine bewertung da ähm ähm wenn jeder bewertet dann freue ich mich abonniert mich falls ihr das noch nicht getan habt und zeigt diesen kanal euren freunden verwandten und familien und bekannten und dann verabschiede ich mich für heute äh für jetzt und dann sehen wir uns später in einer neuen runde slither.io wieder ich probiere gerade alles aus weil ich wie gesagt noch sehr am anfang in youtube stehe probiere ich alles aus wir sehen uns und haut rein bis zum nächsten mal